Oh, wenn sie wüsste, wie gescheit ich bin. Aber, meine Herren, warum so aufgeregt? Ich warne Sie, verzichten Sie auf die Witwe. Ich schlage eine gute Klinge und ich schieße einen guten Schuss. Verzichten Sie! Oh, eine delikate Sache. Cherchez la femme, ja, ja, die Frauen. Meine Herren, man soll nicht um sie raufen. Man soll nur wissen, wie man sie behandelt.